Alter, sind die Viecher schwer teilweise. Ein paar Waffen gekriegt waren. So, was kam jetzt? Jetzt sind wir gewiped. Ah, wieder Bots. Jetzt kam Exploder. Jetzt schon? Zurück in den Tunnel, in den Tunnel, in den Tunnel. Danke fürs Glocken. Gern geschehen. Das tue ich immer wieder gerne. Fühlt sich schön an, gell? Da packt einer fett, wunderbar. Einer weniger. Oh, ich hab wieder geschluckt von einem. Lass das letzte Mal leben, ich will mein Schild wieder komplett aufladen mal. Einer ist aufgeladen. Ja, meiner nicht. Jetzt ist das Schild wieder voll. Fickert Koro sind es damit von mir. Ja, der ist tot. Ui, Waffe. Oh, da war ne Sniper dabei. Oh, shit. Okay, jetzt kommt Exploder. Ja, eigentlich easy. Ne, ne, vorbeilaufen und einfach dann weggehen. Ist ja kein Problem, oder? Ja. Kann da noch was anderes, oder war das das 1? Ich will erstmal nur Crit. Ich muss so viele Crits machen. Ach, shit. Wir müssen Krits besser machen. Ja, das war eh cool. Oh, fuck. Wo bist du, wo bist du, wo bist du? Warum? Dich heilen. Ach so, äh, daran denk ich mal. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Löschen. Hab einen gekillt, ich krieg. Noch einen. Ah, der ist nicht los. Könnte aber wehtun, wenn der jetzt was will. Ach, je. Ähm, neben dir. Wart, ich kill den weg. Oh, oh, jetzt. Okay. Ja, PG, Leute, die haben uns gekillt. Auch gekillt. Oh, fuck, alter. Wart, ich nehm ihn fest, nicht sterben jetzt. Okay, fahr jetzt drauf. Das war ein Kippsack, die wollen nicht killen. Erster ist weg. Äh, ich auch. Geht wieder. Jetzt Raketenwerfer. So, Zweiter ist weg. Ah, das sind die Viecherböse. Trotz bin ich nicht auf dem Reichweite. Kann er nicht machen. Uh, schnapp ich doch, schnapp ich halt. Wart, lass, 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 lass. Meine Zeit gar noch nicht gekommen. Alter. Alter, was war das? Schaffst du's? Äh, nee, ich glaub nicht. Okay. Gut, ich nehm den einen, den anderen, ne? Er ist weg. Okay. Dann hast du noch einen, der bei dir in der Näher rumkämpt. Ja gut, den krieg ich. Das ist nicht so, dass er sich kommt. Oh, nein, es ist im Planning, oder? Wir müssen eine Kritte machen, ne? Noch 5 Krits, gut, das schaffe ich, wenn ja schon, was jetzt kommt. Oh fuck, super badass Loader. Ähm. Und da oben sind Geschütze dran, pass auf. Ja, jetzt muss kurz, muss kurz, ähm... Waffen wechseln, wollt ich sagen. Kannst du mich wieder belegen? Moment. Ich hab mir Zeit. Mir gehts gut. Fuck sorry. Oh scheiße, jetzt wird's uncool. Jetzt wird's uncool. Let's wait one. ALTER! Was? Guck, dass du dich versteckst. Ich hoffe mal, dass du durchkommst. Ja, wunderbar. Endium. Was los? Kannst du einen Filter durchschießen mit der APG. Kannst du? Ja, das ist uncool. Lass hat dich wiederbelebt mich. ALTER! Läuft bei dir? Das wird eng. Den einen Batterslauber kannst du killen. Ja, warte. Ich mach's. Das war doch gar nicht. ALTER! Lass mir einen stehen! Lass den einen killen! Halt! Halt! Komm her, du Fotze! Live-Reggie! Was macht denn da hinten so nervig denn was? Die Super-Baddest-Loader. Nee, von ganz hinten. Das sind die Guns. Ich seh die nicht. Die ist nach unten dran an der Sprücke montiert. Ah. Ja, ich kann da nix. Eine weniger. Ich helf dir mal beim Batterslauber. Oh kurz mal, ich schieße schnell die Guns runter da oben. Ich schieße den Batterslauber weg. ALTER FADDER! Ich schieße den Batterslauber. Ja, der Batterslauber zieht von mir. Ja, der Batterslauber zieht von mir. 600 pro Schuss. Hat von Korrosionsschaden. Alter, zieht das wie! Gut, einen Batterslauber hab ich weggekriegt. Ich spamme meine Nades. Heilt mich. Alter, guck mal, wie damage ich mach mit der Korrosion. Ich heil dich gerade. Warte, warte, warte! Ich brauche noch 5 Crits. Ich hol mir da hinten noch mindestens ein Crits zurück. Da hinten ist ein Ingenieur. Ich weiß, was sagst du? Letzte Runde? Warte, Ingenieur. Nicht killen! Ich kann nur mit Kippe killen. Da hinten stehen noch zwei rum hier irgendwo. Ich muss dir das mal erkennen. Lass, ich hab ihn. Warte, ich crit ihn, okay? Nein, lass, ich hab ihn. Alter. Ernsthaft, ich hab ihm voll in die Schulter geschossen. Äh, den letzten seh ich nicht. Geht's mir aber genauso. Ich hol kurz einen neuen Muni. Warte, kill den. Wenn du ihn suchst, kill den noch nicht. Ah, fuck. Ist kein... Da ist ein Geschütz. Okay. Drei für den letzten Seifen. Ach, weg. Joa. Alter. Gar nicht schwer oder so? Wut. Was? Klar, du hast gleich gematcht... gematcht die 5 geste... Ja, mach mal nicht, oder? Alter, das war schon heftig. Ich geh mal looten, was? Mach mal. Das ist ein guter Tag, voller Möglichkeiten. Alter Vater. Das war echt heftig. N, dachte ich grad, ich pack's nicht mehr, ne? Nee, nee, glaub ich dir. Boah, ich bin so kackig verreckt, ey. Nichts geht über das Looten der Roboterleichen am Ende. Nico? Ja? Ich hab'n Klassenmod für ganze Orca, Ladegeschwindigkeit plus 20%, Magazingruß plus 27%, plus 3 auf den Skill 5 oder 6 Schüsse. Äh... Ganz kurz. Ähm... Okay, das hat natürlich was. Ähm... 27, gell? Ja, Magazingruß 27%. Ladegeschwindigkeit... 20. Ladegeschwindigkeit ist für Schild, gell? Nein, nein, für Nachladegeschwindigkeit. Ja, das ist wahrscheinlich schlechter als das, was du jetzt hast. Nee, nee, ich hab'n den gleichen, nur mit 1% weniger bei der Lade... äh, bei der... ähm... Bei dem einen Teil da, bei dem zweiten. Aber der hat den extra Teil nicht, der hat ähm... Bei äh... 5 oder 6 Schüsse, der ist nicht drinne. Was bringt dieser 5 oder 6 Schüsse Skill? Dass wenn ich jemanden abknall, dass ich keine Muni bleche. Nett. Und den könnte ich dann auf 40% machen. Das wär' schon ziemlich, ziemlich geil. Bitte hinten, liegt da. Alter, das war nicht geil gerade eben. Herzlich willkommen, Gründen! Halbtot? Ah, das krieg' ich wieder hin! Also die Pistole behalte ich, ne? Seit Ende! Ja. Ich hab' ne andere Pistole, wenn du willst mit Elektroschock-Schaden. Ich spiel' keine Pistole. Okay. Das war richtig nasty. Ja. Mit Elektroschaden dazu noch. Ja, passt. Alter, war das gerade eben eklig. Die letzte Runde. Nee, hab nix interessant. Das ist dann maximal Gesundheit plus 12%. Ja, passt brauche ich nicht. Äh, doch. Klassenmots Sirene. SMG-Schussschaden plus 54%, äh, 54% und innere Auge-Skill plus 3. Habe ich plus 46, hab ich plus 56%. Ne, plus 53%, plus 3 Zerstörung-Skill, plus 2 inneres Auge-Skill. Okay. Tollenschussschaden, warum nicht? Ach so, den einen, den Mod hab' ich, ach so. Nicht blöd. Bis zum Anschlag-Skill. Ist'n das? Alter, mein Facelock hat mir zum Ende, hat mir grad am Ende grads Leben gerettet, ne? Wo ich den Super Badass Loader hochgehoben hab. Hast du? Jaja. Ganz am Ende, wo nur noch ein Super Badass Loader stand. Wo ich da und drauf gegangen bin. Ah, okay. Weil, wenn ich, äh, eine Facelock hab, hab ich halt, ähm, 8% meiner Gesundheit wird pro Sekunde regeneriert. Okay. Heißt du halt, fällst du dann wieder hoch. Hm. Oh, grad, da hatten wir's noch kaufen. HALS! Dann hab' ich einen geilen Schild gekauft! Ja, die meisten meiner waren ... NICE! Alter, ich sag' dir mal mein Schild jetzt macht ... Ich habe 1.950 Schild, 2.500 Nova Schaden und 800 Nova Radios, ok? Ja. Und den Schild, den ich getroppt habe, macht 3.000 Schild und mehr Schaden. Nett. Und ist in allem anderem besser, außer in Ladeverzögerung. Aber halt 3.000 Schild. Nett. Was für mich jetzt schon mal 1.000 Leben mehr ist. Können wir? Ja, gut. Die Pistole und die andere Sniper behalte ich da mal. Ja, ja, mach. Die kann ich jetzt auch wegmachen, die wegfauen. Ich würde es immer mehr die andere. Außer du willst eine Sniper, die halt 19 Schuss auf einmal hat. Oder 13 Schuss hat und ziemlich hohe Feuerrate. Ne, lass mal. Okay, komm. Ja, komm, komm. Ähm, ich habe nicht mehr viel Zeit. Ja, nimmst du wieder auf, oder? Oder ist ich fertig auf noch? Ne, ich habe noch 5 Minuten. Na so, gut, dann. Deswegen. Alter, was auch mal geil wäre. Ne Sniper mit der Munition von nem... Zeit hinten. LMG. Ja, das war stille. Alter, ich habe in dem Kapitel 1.000 Cash verdornt. Frag mich, wenn ich fast 100.000 geblächt. Von 320 habe ich jetzt 28.000 geblächt. Ich bin von 350 auf 250 runter. Scheiße. Hä, warum hast du so viel geblächt? Warum bist du noch gar nicht so oft gestorben wie ich? Ich weiß, aber da ich mehr Geld habe, zahle ich auch mehr. Ja, ja, klar. Aber ich hätte auch 320 für mich. So mega viel der Unterschied. Ja. Keine Ahnung, wer alter ist. Ah, du bist glaube ich einmal einfach so verreckt, damit wir die, damit wir die Customer machen müssen. Entferne Bandit, ein Heiter, Sanitiv. Wir müssen da eigentlich gar nicht hin, ist ja klar. Gar, ich wollte ihnen einfach eine raufballern. Ich habe übrigens keine Munition gezahlt, ne? Oh, das kommt daran, ich habe noch jede Menge von Munition ausgegeben. Ne, ne, ich habe jetzt, ne, ich habe, ähm, gerade eben, ich habe ja drei Schüsse abgegeben, aber ich habe keine einzige Munition gezahlt. Ich habe nur noch voll, 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 voll. Also, Oma's Schild ist weg. Der Bulli-Mongelte, der ist tot. Der hat gelitten. Neue Stärke, what the fuck? Achso, ich habe mich gekillt und ihn gekillt. Lol. Wir hätten gerade neue Freunde gespawnt. Ne, ja, bei einem Auto. Wir müssen wir entlang. Oh, da oben. Wir müssen links. Äh, ne, geht da. Ja, dann halt da lang. Alter Vater, war das eine bescheuerte Idee, da reinzugehen. Ja, stimmt. War auch keine bescheuerte Idee, weil du wirst. Wenn wir alle 35 sind, machen wir auch die wichtigsten Sachen. So, das beste Maffe. Ich finde, wir haben uns ziemlich gut gehalten. Boah, wie gay. Ich bin auf dem richtigen Platz. Oh, ja. What the fuck? Das Team hat gerade eben. Äh, Julian. Ja? Bei mir stützt gerade Borderlands ab. Warum das? Ich habe keine Ahnung. Team-Server sind ausgelastet. Können ihre Anfrage zu Borderlands zwei nicht überarbeiten. What the fuck? Geil. Aber geil. Auf einmal, weißt du? Ich hoffe, dass das bei den nicht sein wird, bei Dark Souls. Ja, erstmal Borderlands durchstatten. Das war jetzt abhupfen. Ich glaube, ich habe mich auch gemacht. Ja. Schnell dich nicht, der Schellart. Mein Schell! Du bist der Schellart! Oh, Mann! Ja, das war ein schöner Skill-Shot. Wie weit bist du bei Level 31? Noch zwei Balken. Drei Balken. Neuer Goldner Schlüssel erhält. Ich koste 11 Goldner Schlüssel zur Verfügung. Da, Fug. Was sagst du? Chillig, wa? Slag dich, Freak! Die Blätter fallen. Schnee fällt auf kalte Erde. Fleisch, Schmucht, Leben, aus. Wie ist das denn so? Hat dieser Karl gerade in einem Rekro gespürt? Ja, ich würde dann mal nicht mal wieder nach einer Stelle gehen. Können wir machen eigentlich mal. Ja, gell. Warte, warte, wir gucken zu, wie der alle Kielte irgendwo hat. Ich will da einen richtig krassen Golliard haben. Schau mal, Badass Golliard ist er jetzt, wenn jemand kam? Super Badass Golliard. Oh nein, der stirbt gerade. Ne, er hat ihn gekehlt. Super Badass Golliard. Oh, jetzt geht er zu uns. Das tut bestimmt. Na, tut er nicht. Das war ein Headshot bei ihm. Kill? One-Hit-Kill. Oh, da ist aber noch ein Gegner. Oh, ich rede hier. Was ist das denn? Du hast ernsthaft das Ding abgeschneidt? Nein, habe ich nicht. Oh, heftig. Hallo? Okay, geht's ab. Badass Golliard. Was ist los, ist draufgegangen? Ich war eigentlich die ganze Zeit irgendwo, ich weiß noch nicht darauf. So. Wie liegt denn da denn Skill? In Anführungsstrichen. Ich meine, wer hat gerade eben halt letzter überlebt? Okay. Ich bin oben. Das Skill muss mich zwingen, was ich überleben muss. Ich bin heute wieder bei Kai's Corner. Folge 98. Pandora ist scheiße. Kein Mensch hat hier je von mir gehört. Äh, hallo? 5 Milliarden Eco-Coast-Abonnenten? Vielleicht kommt ihr ja mal aus eurer Steinzeit raus, ihr Penner. Du bist es. Endlich, ein Fan. Ja, Kai. Kai, ich Caller. Auf dem Namen kostet nur einen Dollar. Nein, nein, nein. Du bist nicht. Der Auserwählte. Der Auserwählte. Komm, schnell. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Äh, wo müssen wir hin? Ich hab keine Ahnung, wie wir uns in deinem Laden. Wir müssen die Flaggen platzieren. Ja, und da ist die Quest, aber ich weiß nicht, was man da machen soll. Ach, war das gerade eben die Quest? Nein. Ich hab die nicht gefunden. Ich hab keine Ahnung, wo das sein soll, die Quest, die da angezeigt wird. Über uns. Oh. Noch mehr über uns. Ja, aber wir müssen jetzt eher aufhören, weil ich jetzt gleich lossehe. Na dann. Zurück nach Sanctuary. Wie schnell kommen wir nach Sanctuary. Dann fragst du mich jetzt was. Wo ist denn das Spot-Ding? Da. Setz einfach eine Quest nach Sanctuary. Zeigst du dann einfach den nächsten Weg an. Hm, Moment, ich mach's schnell. Erstmal entziehen lassen. Du weißt, du schnell reisest, Schatz-Undel-Bob. Ja, maybe. Seh ich von da hinten ja nicht. Ich schon. Adlerhogen und so. Nico, du siehst nicht mal von deinem Bett bis zur Toilette. Nee, da ist noch Wände da dazwischen und so. Ja, war halt eigentlich gerade geraten, aber ich glaube, es war nichts nicht, wenn du dazwischen. Hm? Ich glaube, das sind sogar echt Wände dazwischen. So ein Mogo-Heads haben. Sag, wir hatten bitte unter der Brücke Wände. Ha! Hab schon besteres gesehen! Alter, die Schrotze! Kann ich die SMG haben? Alter, die Schrotze! Warum hab ich nur ein Ding und du hast elf? Wahrscheinlich, weil du mit allen Dingen geholt hast, oder? Alter, die Schrotze! Hier kannst du die SMG haben. Alter! Scheiße, was ist denn das für ein Ding? Ja, verbraucht vier Munition pro Schuss, es ist mir jetzt hart egal, wer die 608 x 17 zieht. Kann mir das hart am Arsch vorbeigehen. Alter! Julian? Ja? Lass ganz kurz mal ein Battle machen, ich will wissen, wie viel die zieht. Oder wie hart die zieht. Wissen du? Hier draußen. Du, ich, einer von uns wird sterben! Wahrscheinlich, du! Hoffentlich! Ich denke schon! Joa, nö! Alter, wie schnell kann ich schießen? Joa, leu! Der Nachlivespeed macht halt auch nix dadurch, ne? Ne. Äh, soll ich noch ein paar Mal öffnen? Wie viel hast du denn? Elf Stück, oder? Noch zehn. Ich hab' gerade einen Motz. Hm. Willst du einen haben? Wart, ich würd' den hier nehmen. Nö, bei mir nicht. Bin ich beide scheiße. Soll ich, äh, lieber die anderen beiden in Ruhe lassen, für später mal? Ja, wie viel hast du noch? Ich hab' noch... Acht Stück, oder? Ich hab' elf Stück insgesamt. Mach' noch einmal auf. So kann ich das nicht sehen. Wenn du drauf zielst, wird's rechts angezeigt. Da steht einer. Ja, aber ich hab' mir das auch noch einer angezeigt. Ah, neun Stück. Also rechts neben der Kist... Äh, du musst ganz rechts gucken vom Bildschirm. Ich weiß, schauen, wo das steht. Da steht bei dir nur ein einziger. Ja, klar. Du hast ja Dinge geholt. Du hast ja, glaub' ich, ähm, hier... Mit allen DLCs und so weiter, oder? So, ja, das kann das nicht sein. Eben, ich nicht. Ah, das war ja inbegriffen im Paket, das war ja... Weil das voll fällig war. Bei mir eben nicht. Ich hab's, glaub' ich, zum PC dazu bekommen, oder sowas. Das kann nicht stehen. Ah, okay. Gut, dann, Leute, wir sagen bis zum nächsten Mal... Warte, warte, ich geb' mir schnell die Pest ab. Was? Achso. Ja, mir scheißegal, äh. Ah, jetzt hab' ich so geil, weißt du, so viel Mühe geben, jetzt... Hallo, hier ist ein Haufen Geld. Einfach so, weil ich dich gut leiden kann. Hey, Leute, bis dann. Das ist ein Gesch... Ich haure mehr. Äh. Mehr nach bei Teileka. Sag' jemandem... Wie man... Ja. Ich bin weg. Also, kein Wort zu lügen, jemandem. Hau rein, ciao. Und ja, das war's dann. Haut rein. Und ja, das war's dann.